England. Und jetzt kommen wir zu Mandy Newton. Sie ist ja hinlänglich bekannt, vor allem durch ihren letzten Hit, weil sie oft im Fernsehen The NeverEnding Story. Ihr glaubt, dass ich völlig verrückt geworden bin? Naja, es gehört natürlich noch jemand dazu. Der ist auch hier. Der neueste Hit von Limal. Hier ist Tower Beach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I will meet you there on Tar Beach. Sunshine and heat, so drive you on Tar Beach. I will meet you there on Tar Beach. Where you can lose, you can lose. I will meet you. Tar Beach, das sind die Ersatzstrände für gestresste Großstädte, nämlich die Teerdächer der Hochhäuser. Das war der neueste Hit von Limal. Und jetzt gibt's The Cars Drive, ist der großer Hit zurzeit in Deutschland. In Amerika gibt's schon wieder was Neues. Und das Video, das hat's mal wieder so richtig in sich. Andy Warhol hat's gemacht. Und der Meister taucht sogar selber auf, was will man mehr?